Auf die Plätze, fertig, los! Startschuss zum 1.9. für die 300 Euro Energiepreispauschale für Millionen Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige und auch für viele Rentner und Studenten ist gefallen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 1. September 2022 ist es endlich soweit. Die Energiepreispauschale startet. Bis zu 300 Euro Energiepreispauschale werden für Millionen Menschen in Deutschland ab dem 1.9.2022 gezahlt. Arbeitnehmer, Beamte, aber auch Rentenempfänger und Studenten, die ganz konkret am 1.9.2022 in einem aktiven, laufenden Dienstverhältnis bei einem Arbeitgeber oder Dienstherrn beschäftigt sind, Aber auch für Selbstständige, die im Jahr 2022 einer Tätigkeit nachgehen, erhalten die Energiepreispauschale entweder durch den Arbeitgeber ausgezahlt oder dann durch das Finanzamt im Jahr 2023 bei der nächsten Steuererklärung. Aber es erhalten auch diejenigen Menschen, die bis zu 300 Euro, diese Energiepreispauschale bis zu 300 Euro, die nicht direkt am 1.9.2022 in einem Dienstverhältnis standen, Aber irgendwann mal im Jahr 2022 ein entsprechendes Arbeitsverhältnis oder Minijob oder selbstständige Tätigkeit nachweisen konnten. Viele Mythen ranken sich um die Energiepreispauschale. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden Sie in dem § 112 bis 122 Einkommenssteuergesetz. Wenn Sie dort lesen, werden Sie einige Fragen beantwortet bekommen, vieles aber nicht. Querverweise auf andere Gesetze, umständliche Wortwahl machen es für Sie als Laien nicht einfach zu verstehen, wer und zu welchem Zeitpunkt Anspruch auf diese Energiepreispauschale hat. Eine steht aber fest. Ab dem 1.9.2022 kommt es durch Arbeitgeber in den Gehaltsabrechnungen zu den ersten Auszahlungen. Ob in Ihrem Fall schon im September oder im Oktober 2022, richtet sich grundsätzlich nach den Fälligkeitsregelungen Ihres Gehaltes oder Lohnes nach Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag. Viele Rentnerinnen und Rentner und auch Studenten, sogar Schüler, werden die bis zu 300 Euro Energiepreispauschale erhalten, wenn Sie entweder am 1.9.2022 in einem festen, aktiven ersten Dienstverhältnis stehen oder am 1.9.2022 einen Minijob haben. Oder Sie werden die 300 Euro auch dann erhalten, weil Sie im Jahr 2022 irgendwann mal einen Job hatten. Dann erfolgt die Abrechnung mit der Steuererklärung im Jahr 2023 beim zuständigen Finanzamt. Aber viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, Studenten, Sozialleistungsbezieher werden die 300 Euro Energiepreispauschale nicht erhalten, weil Sie einfach im Jahr 2022 die Anspruchsvoraussetzungen hierfür nicht erfüllen. Ratschläge werden viele verteilt im Internet. Zum Beispiel machen Sie sich doch an einem Tag im Jahr 2022 selbstständig für kurze Zeit oder üben Sie an einem Tag einen Job aus, um dann an die 300 Euro Energiepreispauschale zu kommen. Genau vor solchen Ratschlägen warne ich aber. Die Finanzämter werden nämlich genau prüfen, ob Ihr Dienstverhältnis wirklich ernsthaft war oder es nur eine reine Gefälligkeit eines Familienangehörigen oder Bekannten gewesen ist. Problematisch wird es vor allen Dingen für die Rentenempfänger, die seit Jahren ab Rentenbeginn nie wieder einen Job hatten und jetzt auf einmal im Jahr 2022 und vielleicht sogar passgenau zum 1.9.2022 dann einen Job bei Ihren Kindern haben als sogenannte Haushaltshilfe. Wenn das der Fall ist, prüfen die Finanzämter sehr genau nach und dann ist auch der Strafrichter für Betrug nicht mehr weit entfernt. Viele Rentnerinnen und Rentner können mit der 300 Euro Energiepreispauschale aber möglicherweise auch anderweitig in eine ganz böse Steuerfalle laufen. Wenn Sie seit Jahren aus Unkenntnis, ich sage noch nicht einmal mit Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit keine Steuererklärung auf Ihre Renteneinkünfte gemacht haben und dann im Jahr 2023 auf einmal die 300 Euro Energiepreispauschale beim Finanzamt geltend machen, dann kann es wirklich ein böses Erwachen geben. Das Finanzamt prüft. Dann wird auf einmal aus 300 Euro Energiepreispauschale mehrere tausend Euro Steuernachforderung und auch möglicherweise noch Bußgeld- oder Straftatverfahren mit entsprechenden Strafgeldern. Finanzämter prüfen grundsätzlich meistens anlassbezogen und das könnte ein solcher Anlass sein, wenn Sie die 300 Euro Energiepreispauschale aus falsch verstandenen Ehrgeiz vielleicht für das Jahr 2022 einfordern. Dann nützen Ihnen auch keine guten Ratschläge von sogenannten Steuerexperten, die im Internet allgemein zum Thema Steuererklärungspflicht oder Steuerzahlungspflicht und Co. schwadronieren. Was nützt es Ihnen dann, wenn Sie für die Vergangenheit eine solche Steuererklärung nicht abgegeben haben? Dann laufen Sie in eine böse Falle rein. Ich will damit nicht sagen, dass Sie keine Steuererklärung abgeben sollen, sondern ich will Ihnen einfach nur sagen, dass Sie jetzt, genau jetzt vielleicht, gerade wenn es um die Energiepreispauschale geht, dies zum Anlass nehmen und nochmal genau prüfen, sind Sie steuerpflichtig mit Ihren Renteneinkommen oder nicht? Müssen Sie eine Steuererklärung abgeben oder nicht? Wenn Sie damit nicht klarkommen, es gibt fast in jeder Straßenecke einen Lohnsteuerhilfeverein oder aber auch einen Steuerrechtsexperte oder einen Steuerberater, der Ihnen da helfen kann. Ich werde in verschiedenen Videos zu den wichtigsten Fragen um die Energiepreispauschale noch mal etwas sagen, damit Sie wissen, wer zum Beispiel überhaupt anspruchsberechtigt ist, wie die Auszahlung erfolgt und so weiter und so fort. Bitte bleiben Sie einfach weiter am Videokanal dran. Wir werden in den nächsten Tagen zu den nächsten Fragen entsprechende Videos drehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.